Alter, der wurde ausgesetzt. Achso, ja gut, dann hat er ja Kinder. Dann ist halt ihr die Bezugsperson, deswegen. Oh. Ich hab meine Katzen immer, wenn ich welche gekriegt hab, nach 8 Wochen sollst du dir abgeben. Eigentlich, äh, viele machen es aber nach 6 Wochen, aber das ist nicht richtig. Normale 8 Wochen, der kannst du zuerst abgeben, weil die noch unheimlich viel von der Mutter lernen. Die lernen ja auch die Sauberkeit von der Mutter. Ja, 10 bis 12 Wochen war der alt, ungefähr. Man wusste halt nicht viel über ihn. Ja. Ja, Mai hat sich gut aufgepäppelt, oder den haben wir uns noch gut aufgepäppelt. Ist dann eine ziemliche Zeit lang gut ausgerastet, sei jetzt mal, oder abgetickt ohne Ende. Ja, das ist ja ein Spieltreten, ne? Ja, war egal. Ja, und jetzt im Januar haben wir ihm die Eier abmachen lassen. Haha, Eier weg. Und seitdem war halt auch Maus, weil bei uns zu leben noch, weil sie nicht hier in der Umgebung mit 5000 anderen Katzen so gesagt haben, das muss jetzt nicht sein, dass der dabei sich durch die Gegend stopft und alles befruchtet, was befruchten kann. Man ist ja eh ein Firm bei Katzen, ne? Zwangskatzen, äh, Kastration. Ach, und haben dann auch gleich schippen lassen, impfen lassen, und alles mit ihm gemacht. Wolltest du da auch bei den kleinen Inseln durch, wo die Maus ist, oder? Naja, wir schlagen dann ein, ein bisschen schräg. Da ist erstmal die Blaschkawitzka. Ja, ich bin jetzt eh entdeckt. Ja, wie gesagt, seitdem ist das schon ein bisschen was ruhiger geworden. So, ich gehe jetzt ein bisschen spitz, so, ich fahre jetzt der Gneiser noch ein bisschen hinterher. War nichts getroffen wieder, ey. Ach, meine, wenn ich DD fahre, immer, das ist, weißt du, die ganze Zeit. Ja, mit dem Ziel. Ja, mit dem Ziel. Ja, mit dem Ziel, das geht, ne? Ja. Na, fall drunter Granaten, ne, treffen nicht, bestimmt nicht. Doch. 1160 Overpen. Ah, gehe ich auf die Fuse erstmal. Oh, ich kriege da, ich muss da marschen. Ja, ich muss da, ich muss da, ich hab los, ich hab los. Ab ihn. Sekundärbatterie, wieder hammerhart. bin ich drauf da ist der dd vorsicht hab ihn anvisiert mit der sekundären hat eine gekriegt brenn hab ihn ok ich muss ein bisschen tops fressen das All right. All right. All right. All right. Ich drehe jetzt erstmal hier ab, weil ich hier jetzt den Fokus reierkriege. Ich drehe jetzt den Fokus. Gut, die ist aus. Hab ich? Ja. Dann richte ich mich erstmal ein bisschen zurück hier, weil ich jetzt fahren... Ich drehe jetzt den Fokus. Ich komme wieder zu dir zurück. Hast du noch viel HP? Ich hab gar nichts mehr. Ach so, du bist tot. Ja. Ah. Gut, dann fahr ich den jetzt nicht hinterher. Jetzt fahr ich zu unserem Cap erstmal. Jetzt zu dem Gegner Cap. Sollen sie sich... Ich hab keinen Bock, den hinterherzufahren. Wie ist der? Das sind drei Stück. Okay. 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 Ich hab kein Glück, dass ich da nicht mal langkomme. Puta Lock. Ne! Bin ich tot. Gehs weg. Abpraller an der HIPPA ey. Hammerhart. die hole ich mir noch die 14. die habe ich auch so schön runter geschossen ach die gehen scheiße vielleicht ne schaffe ich nicht der dreh zu schnell die dreht schon wieder weg so die fütchen können sie jetzt rausnehmen die hat nicht mehr viel die scheint aufgegeben zu haben der bewegt sich nicht aber gut gemacht aber hat sie jetzt wie stark die sekundärortarie ist ich bin mit der skillung so zufrieden mit dem trägheiz zünder scheiß auf die brandwahrscheinlichkeit so macht es aber mehr schaden wir haben aber immer noch zwei dds die drinnen sind und sie haben keine mehr also sind sie ziemlich guck mal unsere eine hat zwei rausgenommen haben haben so 321 klick gemacht dann haben sich gegenseitig gejagt ich habe gleich drei aus ich habe gleich drei aus wenn ich